Musik Ja, erstmal habe ich heute Geburtstag und zu diesem Anlass gibt es natürlich nichts Schöneres wie zwischen Oldtimern zu feiern. Ich bin selber auch Ford-Mitarbeiter und heute haben wir uns hier zusammen getroffen vor der legendären Halle A, um den anderen Leuten, die da nicht so viel Kontakt zu haben zu der Produktionsstätte in Köln, denen das mal zu zeigen, was wir hier produzieren und wie die Geschichte überhaupt von ihren Fahrzeugen ist und dem Gründer der Ford-Werke. Unser Club-Kammerat hat die Idee gehabt, so ein Oldtimer-Treffen zu organisieren und dann kam ich auf die Idee, zeigt doch dem alten Eifelchen mal wieder, wo es ursprünglich geboren worden ist. Dass der hier in Köln produziert worden ist, sieht man an dem Emblem Ford-Deutsches Erzeugnis, da war man sehr stolz drauf. Man hat gleichzeitig auf den Grill ein Wappen drauf gemacht und zeigt da den Kölner Dom mit der Halle A. Das sind die alten Produktionshallen, wo dann auch sowas entstanden ist. 1931 hat die Produktion des Model A's hier in Köln begonnen. Es war ein Montagewerk hier in Köln, also es sind viele Sachen aus den USA gekommen, aber der überwiegende Teil wurde schon aus deutscher Produktion geliefert. Insgesamt sind 4,6 Millionen Model A's gebaut worden, der überwiegende Teil natürlich in Amerika. Und in Köln sollen an die 6.000 Autos damals in einem Jahr montiert worden sein. Ich bin hierhin gekommen mit einem 1933er Ford Model Y, Caron Dropped Coupe. Der Aufbau ist von Simson & Sons, Tickford aus England. Das Fahrzeug ist insgesamt viermal gebaut worden. Das ist das Einzige, was in Deutschland zurzeit fährt. Da ist ein Vierzylinder-Motor, ein Liter Hubraum, ich glaube 23 PS, genau weiß ich das nicht. Man fährt entschleunigt, man fährt vorausschauend und man fährt ganz entspannt damit. Mir macht Spaß mit dem Auto hier zu sein, weil wann kommt man mal aufs Ford-Geländer als Ford-Mitarbeiter mit dem eigenen Auto? Das geht eigentlich gar nicht. Und warum soll ich mein Auto nicht anderen Leuten zeigen? Und es gibt ja noch andere Bekloppte, die das machen. Wobei Bekloppt jetzt bitte schön positiv gemeint ist. Das Herz geht auf, wenn man wieder die alte Technik sieht. Da muss man schon noch denken, da muss man noch arbeiten. Da muss man auch ein bisschen Kraft aufwenden mit der Lenkung und mit den Bremsen. Das macht auch richtig Spaß. Ja, ist doch herrlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017